Natascha Saint-Pierre ist eine kanadische Sängerin. Leben Am 10. Februar 1981 wurde Saint-Pierre in Bathurst in Kanada als Tochter eines Gefängnisdirektors italienischer Herkunft und einer Seniorenheimleiterin geboren. Sie wuchs in Saint-Elair zusammen mit ihrem Bruder Jonathan auf. Im Alter von acht Jahren betrat sie zum ersten Mal die Bühne und machte sehr früh Erfahrung mit klassischem Tanz, modernes Klavier und Gesang. Mit zwölf Jahren war sie Finalistin des Wettbewerbs Les Pouvoirs de la Chanson und intensivierte nun das Singen. 1996 nahm sie ihr erstes Album Emergence auf das jedoch nur in Kanada veröffentlicht wurde. Parallel dazu legte sie ein wissenschaftliches Abitur ab mit dem Wunsch Biologin zu werden. Im Alter von 18 Jahren spielte sie 1999 die Rolle der Fleur d'Elise im Musical Notre Dame de Paris. Diese Rolle wurde ihr von L.U.C. plammernden angeboten. Im Jahr 2001 begleitete sie den Sänger Garoua auf seiner Europa-Tournee und verbrachte einige Zeit in Frankreich. Zusammen mit Floreng Perny veröffentlichte sie eine neue Version des Liedes La B.A.S. von Jean-Jacques Goldman. Im selben Jahr nahm sie für Frankreich beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen teil und belegte den vierten Platz. Von Herbst 2002 bis Frühling 2003 unternahm sie eine Europa-Tournee. Im September 2003 töerte sie durch Russland, Spanien, die Schweiz, Polen und Japan und anschließend durch Gwebe. Es folgten zwei weitere Europa-Tourneen, eine von Februar 2004 bis November 2004 und eine von April 2006 bis Ende Januar 2007. 2010 war Natascha auf einer einjährigen Tournee durch Frankreich, Kanada und Belgien. Der Titel dieser Tournee lautete Confidences Autor de UN Piano. Am 9. März 2012 heiratete Natascha in L.I.T. Lémyxel Grégory Quillac, einen französischen Soldaten, der in Paris als Feuerwehrmann arbeitet und mit dem sie Ende 2015 ihr erstes Kind erwartet. Ihr neuestes Album Bonne Nouvelle brachte sie im April 2012 heraus. Diskografie Album 1996 Emergence 2000 A. Check in San Estuar 2002 De La Mourlie Mieux und Encontreras 2003 L. Instant Apres 2006 L.O.N.O.D.O.N.D.E. 2008 Natascha Sankt-Pier 2009 Tut Huweras 10 ans Die Success 2012 Bonne Nouvelle 2015 Mon Acadie Singles Le Parcours du Coeur 1996 Il Nerset P.A.S. 1996 San Sly Savoar 1996 Portes Palavag 2000 A. Check in San Estuar 2000 Ilha Fildanse 2000 Tumenwoles 2001 J.N.A.I.Q. Uemone Armee 2002 Tut Huweras 2002 N.O.S. Rendezuaus 2003 Al-O.O.N.S.E.R.A.K.O.C.E. 2003 Doiki Manquesa Mafi 2003 Porpor Balotodo 2004 Tanque Uesetoi 2004 M.E.D.M.E. 2004 Quanton Scherche Lamour 2004 J.T.E. Suhaite 2005 J.A.V.E.Q.W.E.Q.W.E.N. 2006 Unangefra P.A.M.A.P.O.T.E. 2006 C.E. Silence 2006 J.U.B.L.I. 2006 Tanque Uesetiai 2007 L.O.N.E.R.D.E.S. 2007 D.N.U. 2008 M.Brasse M.U.I. 2008 zu 1 2 3.2009 L.E.N.S.T. 2012 Bonne Nouvelle Preise und Irrungen 5 9 9 10 12 12 12 12 13 12 13 14 16